So, die Kürbis sind schön am Wechseln. Voll am Abwachsen sind sie. Trüstung wird auch... Oh nein, ich kann sie gar nicht an. So... Vielleicht wäre mir die Beine nicht ganz so kaputsch gegangen. Zock, zock, pum, pum, zock, 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 zock. So, und jetzt heisst es wieder mal, lass Holz abbühen gehen. Scheiss auf HP. Äh, da haben wir kein Holz mehr. Da haben wir noch, und da haben wir noch ein paar Stiefchen. Machen wir da noch ein paar... ...Half-Steps draus. Äh... Nein, ich muss lange. Oh nein, ich... ...dont-even-have-what-something-to-eat. Oh, jetzt habe ich wieder etwas zum Freisen. Komm, 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 komm. So. So. So, so. So, und so. Und so. So. So, so. Ja, mhm. Ja, mhm. Ja, ich klar. Zack. 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 So. So, so, Dali. Jetzt kommt wieder zwei Linien mit so Top, mit so normalem Holz. Das gibt ein so chineses Dächli, sagen wir es mal so. Auch wenn es etwas rassistisch klingt. Aber nein, ich habe nichts gegen Ausländer. Solange es keine Scheiße machen in der Schweiz ist es in Ordnung. Also das heisst, nein. Kriminelle Scheiße, für die restliche Scheiße bin ich verantwortlich. Nein, nein. So, jetzt schaue ich mal hier mit dem Scheissenwagen so. Look at this moon, is it not wonderful, is it not beautiful. Ich gehe schlafen. Jetzt gehen wir nachher wieder Holz hexen. So. Holz hexen. So. So. Ab und gar. Und jetzt gesprrrr. Oh. So. What a lovely morning. Hex. Pum. So, schon fast wieder der Steck voll. Jaja, das ist kein Problem. Und das, was jetzt gesehen ist, dass mein Akku gerade unten ist, ist gleich. Komm scheisse drauf. Schalten wir einfach mal Strom an, dann ist gut. Gut. So. Probiert ein bisschen Holz sammeln. Ich will mehr als ein Deck mitnehmen. Das wäre jetzt ein Ziel so. 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 Noch mehr Holz. Ich will mehr. 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 Weniger. So. Jetzt ist gut. Jetzt sind wir genug. Jetzt gehen wir wieder hoch und bauen weiter. So. Schalalala. Schalalala. Oh ja. Zock. Ne. Zock. Zock, zock. Zock, zock, zock. Zock. So, Zombies können jetzt in die Tür einbrechen. Ich habe jetzt schon Angst davon. So, ich sitze schön chillig zu Hause. Alles voll chillig. Und dann kommt plötzlich so... Scheisse, was ist los? Ich habe nichts getan. Was ist mit der Polizei? So. Kautohuoreling is ab. Au. Boah, da muss ich wieder hoch. Nein! Mann! Mann! Höh! Voll gut, meine Hubsi da. Oh! So, so, so. 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 so so ja jetzt kommt das deck ja ja, unser chinesische Baustelle ich sage einfach chinesische oder japanische Baustelle, keine Ahnung so wirklich klischeehaft so herumflöten hier, viel besser ja ja, wie gesagt, ich werde da noch etwas machen was wegen dieser Musikplaylist oh nein, wie hier habe ich das gemacht schon wieder einfach nur dumm einfach nur dumm so schon grob vorlesig ich gehe an den Regressen so zuck 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 Puff, ich habe gerade 60 Stück, bin ich cool, nicht wirklich. Naja. So, der nächste Ring wäre jetzt auch schon geschafft. Jetzt kommt wieder der mit normalem Holz. Und so verarbeitet er es natürlich. Zock, zock, zock. So. Ja, ja. Kleine Frage, wie viele Mal bin ich jetzt schon runtergehalten? So. Unter allen Teilnehmer verlassen wir. Der, der mir das verratet, wie viele Mal ich runtergehalten bin. Viel Spass beim Zählen. Oh, ja. So. So, ich habe jetzt festes Vertrauen darauf, dass dieser Scheiss jetzt reicht. So. So. Du wirst noch wegkauen da. Puff. So. 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 Nein. Mann. Mann. Ich habe jetzt gedacht, ich mache es auf möchte gerne und könnte das machen, aber ja. Wie auch immer. So. ENGELS. Hey. Boah. Ähm. Hörner. Ähm. Ähm. Ja. So. 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 Jetzt ist das Rüstlich Dreck weg. So. So. So Dali. So Dali. So Dali. So. So, und dann würde ich sagen, wir haben in dieser Folge doch recht einiges geschafft und haben in unserem Haus einen neuen Schliff verpasst. Ja, das wäre es gewesen mit dieser Ausaufnahmesession von mir, SwissLP. Ade miteinander.